Ja, unser PixelGun 3D-Giffläge ist nun vorbei und heute losen wir nun also die vier Gewinner aus. Es gab ja vier Formocodes zu PixelGun 3D zu gewinnen und ja, hier habe ich alle Namen drin in dieser Liste und dann losen wir jetzt einfach mal die vier Namen aus. So, also ihr seht hier einfach die ersten vier bekommen einen Formocode, das heißt der Felix Dürfus, der Herr Dr. Zockt, Gaming mit Yannick und der Pobacke90. Ihr vier bekommt also nun das Spiel PixelGun 3D kostenlos. Ich werde euch über YouTube anschreiben, das heißt checkt eure YouTube-Benachrichtigungen, eure YouTube-Nachrichten und das schreibe ich euch dann an. Ja, an alle anderen auf jeden Fall mal vielen Dank fürs Teilnehmen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Tschüss.